Kann sein, dass ich jetzt schon komplett tot bin? Wir gucken Grusel-TikToks im 24-Stunden-Live-Stream. Vielleicht bin ich schon tot, ich weiß es nicht. Ich streame seit 21 Stunden fast. Ich hoffe, ich erschrecke mich nicht, weil ich einfach zu tot bin, um mich zu erschrecken. Oh, Digga, ich hasse Spinnen. Man, keine Scarejumps, oder wie die heißen. Nein. Alles. Oh, mein Gott, Digga, man. Hört auf. Digga. Ich kenne das Video. Am Ende kommt irgendwas erschreckendes. Das haben wir auch einmal gesehen gehabt. Am Ende kommt so ein Jumpscare. Aber ich habe mich nicht erschrocken. Sensibler Inhalt. Ach so, neben Minecraft. Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es nicht verstanden. Ich sage das als Scarejump. Jump, Scarejump. Hang on, hang on, hang on. Ich erschrecke mich nicht. Bin nicht so dumm. Jetzt kommt das. Jetzt kommt das. Guck. Ich wusste es. Ich glaube, er sagt das einfach, weil der... Also, das war kein normales Kreuz. Ich glaube, da hängt so eine kleine Jesus. Ich hätte einfach Angst davon bekommen. Vor diesem... Einen genägelten Mann, hä? Oh mein Gott. Ey, sowas ekelhaft. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ey. Das war keine gute Idee, dass jetzt... Mit den Gruselsachen... ...um die Uhrzeit... Mh, auch ekelhaft. Mh, auch ekelhaft. Das letzte... Ich fand das... Platz 3 am schlimmsten. Ich fand... Oh, das war so klar. Keine Sp... Bitte, bitte, bitte. Spinn, man. Selbst ab. Spinn, man. Spinn, man. Spinn, man. Warum geht der hinter mich, Digga? Drei Uhr nachts. Hey. Oh. Digga, Gänsehaut. Wer war da? Hey, nicht. Nein, das Video muss Fake sein. Es muss Fake sein. Es muss Fake sein. Es ist Fake. 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 Das Video ist Fake. Das Video ist Fake. LOL. Immer Sekund so waren echt krasse Horrorfilme, muss ich sagen. Sieht nicht so aus wie die Pizza, ich sag dir ehrlich. Was? Was? Wow, meine Fresse, Digga. Es ist so unentspannt gerade diese Videos zu gucken, ehrlich. Ich bin innerlich zu sterben. Der Sound hat gar nicht gepasst. Es war ein Sound, es war... Ist das Scream oder Scary Movie? Ich glaube Scream. Oh, der Arme, Digga. Der Arme, ehrlich. Der Prank geht so weit. Was ist das? Der Arme, Digga. Und der Waterland. 1921. Berückt! Hallo. 55. 50. 25. 24. 30. 45. 41. 42. Hi, hi, we got a flat time, come in, you can use your phone so we can call the car company service, are you alone? Yes, we're alone. Come in. Dude, that's so gross, man. That thing is, a man will not happen. If two boys were in his door, he would have closed the door again. So, dude, don't worry. Yeah, we have a plate. Yeah, dude, chill in the car, until the rain stops, are you stupid? That looks identical to you. Run away and hide. Digger, was zur Hölle, Bro? Bro, es ist ehrlich nicht gut, gerade für meinen Körper. Ich merke das. Mein Körper gerade nicht gut. Gruseliges Gesicht, Bro. Was ist das für ein gruseliges Gesicht? Ich hasse diese Reactions, wirklich. Ich hasse die.